Es herrscht der Irrglaube, dass Tierbabys die Betreuung der Mutter nicht lange brauchen würden. Bei einigen Tieren mag das stimmen, aber nicht bei Elefanten, Schimpansen und sogar bei Gnus. In dieser Folge erleben wir, dass auch Tierkinder traumatisiert sein können und erfahren, wie lange Jungtiere betreut werden müssen. Raising Wildlife, heute um 20.45 Uhr auf Anixe Plus.